ja herzlich willkommen zurück auf dem kanal ich stelle euch heute mal ein neues spiel vor nennt sich delta force hawk ops hat einen extraction modus ist free to play ich bin in der pre alpha tech alpha und es ist ein extraction loot shooter das kann man schauen ob ich ja fühlt sich an wie cod battlefield und tarkov zusammen nenne ich es jetzt mal einfach was ist da jetzt hin ja 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 hier müssen wir ein Tresor knacken ich fange einfach mal an ja ich will das Spiel nur vorstellen das ist ich werde es ein paar mal zocken jetzt in der Alpha vielleicht lade ich auch ein zwei Videos hoch ist nur dass ihr mal seht was auf uns zukommt ok Silbermünze haben wir was haben wir hier drin da ist einmal noch was Leiterplatte es ist ein Loot Shooter das sage ich gleich dazu es geht hier 99% ums Looten extrahieren killen überleben und so weiter ist ähnlich wie DMZ manche Dinge kann man gebrauchen was hat der drin gehabt eine Weste bla 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 Halskette Poster bringt nichts ok was sind die Jungs immer mitnehmen alles was man kriegen kann mitnehmen dann haben wir nämlich mal nicht mit hier sowas ok das Visier ist rotz muss ich zugeben die Waffe an sich naja ok 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 Rückbench Kabel brauche ich nicht ok 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 ich bin der Sanitator quasi, ich kann die Leute ein bisschen heilen. Im Büro gibt es da was. PC, ah, das ist wie im Dings. Laufheck, nehmen wir mit. Okay, Computer hacken. Ne, was hat er hier? Nix. Ist aber ähnlich wie in DMZ. Mehr Loot, mehr bunter Loot, nenne ich es mal. Was macht der? Macht sich nen Kaffee. Jetzt bin ich aber angefreckt hier. Das waren wahrscheinlich Spiele. Schauen wir mal was die haben. Das kann man mitnehmen. Der Helm ist gut. Den Rest lass ich mal. Sind alle weg. Naked. Injektion. Gute Wester. Gute Wester. Okay. Ich stecke hier nur Sachen einfach rein, wo ich denke, es bringt was. Gute Wester. Las geht's im Handicap. Gute Wester. Wir sind die Gemeinschaft. Ich glaube, wir sind die Menschen, die Menschen zusammenbauen. Wir müssen das jeden Fall weg in. Gute Wester. Indonesia. Wir sind in der Tatooie. Wir müssen die Zartöie, dass die Zartöie. Er ist hier hinten. Habe ihn. Sehr schön. Das haben wir gut gemacht. Jetzt bin ich aber mal hoch. Hier wirst du. Wahrscheinlich nicht. So, jetzt muss ich mich mal stimulieren hier. Ich habe Schmerzen im Arm. Das sehe ich gerade unten. Unten bei F3. Jetzt checken wir mal, was der noch hat. Alles klar. Alles klar. Ohne Statue. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Ah, das geht nicht. Okay. Alles klar. So, jetzt muss ich mal schauen. Halt. Ich muss mich mal versorgen. Gesundheit. Bauch. Hm, okay. Okay, jetzt geht es wieder. Das habe ich mir gedacht. Gut. Wurden wir uns mal hin. Leute. Das ist die Map. Ich kann hier richtig gut reinzoomen. Okay, das ist immer noch hier hinten drin. Ach, das ist glaube ich der zweite Ausgang. Kann ich denn hier nutzen? Wollen wir gerade mal schauen. Oder so ein sicherer Ausgang. Das ist der Damm. Ist das innen drin hier? Ja, schaut so. Das ist der Damm ist in der Damm ist inaktiviert. Okay. Let's go. Let's go. To the Exfil. Jetzt müssen wir mal gucken, wo der ist. Ist da oben. Okay. Das ist der, ja. Ich komme nicht darüber da hinten. Ich hoffe, dass ich extrahieren kann. Okay. Okay. Da hinten. Ich bin wieder ungefrägt hier. Okay. Okay. ich glaube wir müssen unten rein ja okay eine minute leute bin erschöpft das geht also ja auch das ist der fahrstuhl damit komme ich kurz Sonny ist nicht schlecht. Sonny ist nicht schlecht. Komm. Leute, komm, 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 komm. Ich weiß nicht, ob wir als Team nur, oder ob wir ob jeder einzeln raus kann. Das werden wir sehen. Ich gehe auf jeden Fall jetzt raus. Ja, wenn sie nicht mitkommen. Und runter. Mission erfüllt. Sehr schön. Ja, das war mal ein kleines Video. Kurz angeschnitten. Hier extrahieren. Delta Force Hawk Ops ist kostenlos. Die Alpha kommt jetzt am 18. Das hier ist eine Pre-Alpha. Also ich habe mich da registriert. und wurde eingeladen. Ansonsten, wenn ihr mehr sehen wollt, Daumen hoch, Abo dalassen, Glocke an. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020